Willkommen an der Universität Bern. Hier drei Tipps zum Studienbeginn zu Ilias, der Lehr-, Lern- und Kollaborationsplattform der Universität Bern. Wenn Sie sich auf KSL für Ihre Kurse angemeldet haben, dauert es jeweils einen Tag, bis Sie Zugriff auf Ilias haben. Ein Tipp deshalb, melden Sie sich bereits am Sonntag oder am Wochenende vor Studienbeginn für alle Kurse auf KSL an. So haben Sie am Montag Zugriff die Ilias-Kurse. Auch Studierende können Ilias für eigene Projekte im Rahmen Ihres Studiums benutzen, beispielsweise für Online-Umfragen oder Online-Arbeitsgruppen. Auf www.aboutitours.unib.ch finden Sie weitere Informationen und die Direktlinks. Wenn Sie Fragen zu Ilias oder zur Benutzung haben, können Sie sich jederzeit bei uns melden, beim Ilias Support. Kontaktadressen finden Sie unter www.ilup.unib.ch. Sie können uns aber auch direkt in Ilias ansteigen oder anchatten. Mit einem Klick auf Konversation starten wird ein Live-Chat mit einem Support-Mitarbeitenden gestartet. Musik 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 Musik